Du hast ein schwarzes Auto und suchst nach einem Autowachs, was den optimalen Glanz aus deinem Lack herausholt, dann ist dieses Video ganz genau für dich. Ich werde dich durch meine Autowachssammlung führen und dir ein paar persönliche Tipps von Wachsen mit auf den Weg geben, von denen ich überzeugt bin, dass sie für dein schwarzes Auto ideal sind. Bevor wir mit diesem Video starten, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Das Optimum, den absolut höchsten Glanzgrad, das beste Ergebnis holst du dann aus deinem Lack heraus, wenn du ihn poliert hast, wenn du ihn möglichst defektfrei poliert hast. Kein Wachs auf dieser Welt, und ihr seht, ich habe einige ausprobiert, wird es schaffen, an das Ergebnis heranzukommen, was eine ordentliche Politur erreichen kann. Ja, auf einem unpolierten Lack werden solche Wachse krasse Veränderungen erzeugen, die sich anhand von einer Farbaufrischung und von einer Abdunkelung feststellen lassen. Und selbst wenn wir ein Glanzmessgerät auf diese Flächen draufhalten, werden wir feststellen, dass diese Wachse einen Effekt haben. Aber nochmal, keines von diesen Wachsen wird dazu in der Lage sein, den gleich starken, den gleich guten Effekt wie eine Politur hervorzuholen. Wenn es dir also um das absolute Maximum an Glanz geht, das du aus deinem Lack herausholst, dann musst du dein Auto polieren. Und wenn du dann auf einen perfekt polierten Lack nochmal das Wachs aufträgst, dann reden wir ganz offen und ehrlich gesagt nur noch von den letzten 1, 2, vielleicht 5%, die das Wachs nochmal aus dem Finish herausholen kann. Denn nochmal, das bestmögliche Ergebnis aus deinem Lack holst du mit einer Politur heraus. Und dann müssen wir noch kurz darüber sprechen, ob jetzt ein weißes oder naturbelassenes Wachs das beste Wachs für helle oder silberne oder weiße Lacke ist, ob ein rot gefärbtes Wachs automatisch gut für rote Lacke oder ob ein schwarzes Wachs automatisch gut für schwarze Lacke ist. Die kurze und kompakte Antwort auf diese Frage lautet Nein. Die meisten Lacke, die wir auf unseren modernen Autos haben, das heißt, wenn wir uns das blanke Metall von unserem Auto anschauen, dann ist da drauf zuerst mal eine Grundierung, dann ist da drauf eine Füllerschicht und dann kommt die Farbschicht. Das ist das, was die Farbe von unserem Auto bestimmt. Und da drauf, oben drauf, kommt dann nochmal der Klarlack. Und da liegt das Geheimnis bereits im Namen. Der Klarlack ist klar, der ist durchsichtig, der ist transparent. Das heißt, es dürfte und sollte und muss keine Rolle spielen, welche Farbe jetzt so ein Wachs hat, das wir uns auf unseren Autolack auftragen. Denn all diese Wachse liegen ja auf dem Klarlack oben drauf. Und der Klarlack ist eben das, was den Glanz gerade am Ende des Tages bestimmt. Das heißt, unabhängig davon, ob ich jetzt einen schwarzen, grünen, blauen, gelben, rosaroten oder pinken Lack habe, ich trage mir das Wachs immer nur auf den Klarlack auf. Und deswegen und aus dieser Sicht alleine müsste man eigentlich sagen, nein, es hat keinen Einfluss. Aber zweifelsfrei bewiesen hat das noch niemand. Und es ist ja am Ende des Tages so, wenn ich ein Wachs braue und da keine zusätzlichen Farbpigmente reingebe, dann haben diese Wachse meistens die gleiche Farbe und das ist ein helles Braun, ein Beige, vielleicht geht es mal noch ins Gelb rein. Und das sind die Farben der Inhaltsstoffe, die in diesen Wachsen drin sind. Das heißt, sobald diese Wachse gerade so eine klare rote, oftmals auch so eine schwarze Farbe haben, muss da ja irgendein Farbstoff drin sein. Und jetzt kommt eben das Entscheidende. Wenn ich mir jetzt so einen Wachsapplikator nehme und da reingehe, dann sehe ich ja, ich habe hier rote Farbe mit drin. Und wo soll diese rote Farbe hingehen? Denn wenn ich mir das Wachs jetzt auf dem Lack verteile und die Überreste des Wachses nach dem Ablüften mit dem Tuch abtrage, in der Regel habe ich dann kein rotes Tuch. Irgendwo müssen diese roten Farbpartikel halt sein. Ja, die liegen, wenn überhaupt, nur absolut hauchdünn auf eurem Klarlack drauf. Ich persönlich bin aber dennoch der Überzeugung, dass diese Farbpartikel irgendwo sein müssen und dass sie sich eben ganz, ganz, ganz hauchdünn über euren Klarlack drüberlegen. Und aus dieser Sicht, und deswegen könnte man am Ende des Tages eben schon sagen, dass gerade roteingefärbte Wachse auf einem roten Auto eine besonders gute Figur machen, weil eine ganz, ganz hauchdünne Schicht von diesen roten Farbpartikeln dann am Ende des Tages doch auf eurem Lack draufliegt. Aber wir reden hier wirklich nur von absolut minimalen Unterschieden. Ich bin auch persönlich davon überzeugt, dass wir hier von Unterschieden sprechen, die wahrscheinlich mit keinem Messinstrument dieser Welt tatsächlich messbar wären. Wir reden hier am Ende des Tages von subjektiven Eindrücken und wir reden deswegen immer nur von Meinungen. Was unbestrittenermaßen definitiv einen Einfluss darauf hat, wie ein Wachs auf eurem Lack wirkt, sind die Inhaltsstoffe. Denn Wachs ist nicht gleich Wachs. Es gibt hier verschiedene Inhaltsstoffe, auf Basis derer so ein Produkt aufgebaut ist. Es gibt Kanauberwachs, es gibt Montanwachs, es gibt Kandejawachs, es gibt Bienenwachs, es gibt Paraffinwachs, es gibt synthetische Wachse und das ist nur ein Bestandteil dieser Wachse. Denn hier können zusätzlich noch Polymere, Silikone, keramische oder Graphen-Inhaltsstoffe drin sein. Hier müssen Trägerstoffe wie Öle mit drin sein. Und jedes Wachs muss auch bis zu einem gewissen Anteil Lösemittel mit drin haben. Die Inhaltsstoffe sind das, was am Ende des Tages auf eurem Lack zurückbleiben. Und wenn man sich diese Inhaltsstoffe wirklich wissenschaftlich anschaut, dann kommt man darauf, dass diese verschiedenen Wachse oder diese verschiedenen Öle Unterschiede aufweisen in der Art und Weise, wie sie Licht brechen oder wie lichtdurchlässig sie sind. Und diese Eigenschaft, das Licht auf eine besondere Art und Weise zu brechen oder eben nicht hundertprozentig lichtdurchlässig zu sein, die führen dann dazu, dass wir von solchen Dingen wie einem Spiegelglanz, wie einem Wetlook, wie einem Candygloss und so weiter sprechen. Diese Begriffe, mit denen ich gerade um mich geworfen habe, die sind nicht einheitlich definiert. Jeder Hersteller, jeder Endanwender nutzt diese Begriffe unterschiedlich. Und deswegen werde ich gar nicht so sehr in diesem Video mit diesen Begriffen um mich werfen, weil sie sowieso höchstgradig subjektiv sind. In Bezug auf dieses Video ist das Wichtigste aus alledem, was ihr mitnehmen müsst, das Folgende. Ich werde in diesem Video von persönlichen Empfehlungen von mir sprechen. Das basiert auf meinen Erfahrungen mit dem Umgang, mit der Anwendung von diesen Wachsen auf unterschiedlichen Lacken. Und das basiert darauf, was mein Auge sieht. Das heißt, ich werde euch Wachse empfehlen, die beispielsweise besonders gut für warme Lackfarben, für rot, gelb, orange oder braun geeignet sind. Ich werde euch beispielsweise Wachse empfehlen, die aus meiner Sicht besonders gut für schwarz geeignet sind. Das kann teilweise mit der Farbe dieser Wachse zusammenhängen. Das kann und wird sehr wahrscheinlich viel mehr noch mit den Inhaltsstoffen dieser Wachse zusammenhängen. Aber am Ende des Tages sind das Empfehlungen, die ich euch nicht ruhigen Gewissens in einer Art und Weise so präsentieren und darstellen könnte, dass es zweifelsfrei bewiesen wäre, dass das gute Wachse für die jeweiligen Farben sind. Nochmal, das sind persönliche Empfehlungen auf Basis meiner eigenen Erfahrungen. Genug gequasselt, starten wir endlich mit den konkreten Empfehlungen von Wachsen für schwarze Lacke. Wir müssen jetzt aber zwischen zwei verschiedenen Arten von Schwarz unterscheiden. Wir haben hier einmal das klassische Unischwarz. Hier wünsche ich mir als Endanwender, hier wünsche ich mir als jemand, der ein Wachs appliziert, dass das Wachs eine Farbtiefe erzeugt oder unterstützt. Hier wünsche ich mir, dass der Lack nach dem Auftrag so wirkt, als wäre er komplett nass. Als würde ich in eine dunkelschwarze Flüssigkeit reinschauen. Das ist das, wovon ich spreche, wenn ich einen Wetlook meine. Und leider Gottes sind Wachse, die Inhaltsstoffe haben, die diesen Effekt tendenziell hervorrufen können, solche Wachse, die dem Lack streng genommen ein bisschen Klarheit nehmen. Und Klarheit ist aber das, was ich auf der anderen Seite möchte, wenn ich einen metallisch-schwarzen Lack habe. Da möchte ich, dass das Wachs, das ich auftrage, so auf dem Lack drauf liegt, dass ich gefühlt eine zusätzliche Klarlackschicht drauf habe, dass ich gefühlt einen Zuckerguss obendrauf habe, der mir die Metallic-Flex nochmal herausholt, der diese betont. Und das sind tendenziell wieder andere Inhaltsstoffe. Das heißt, in einem ersten Schritt werde ich euch jetzt Wachse empfehlen, die für unischwarze Lacke geeignet sind. Und danach sprechen wir nochmal spezifisch über Metallic-Lacke. Jetzt also Empfehlungen für unischwarze Lacke. Wir starten hier am Dodo Juice Regal. Dodo Juice hat mehrere Wachse, die ich persönlich sehr geeignet für generell dunkle, aber insbesondere für unischwarze Lacke halte. Zwei davon sind das Purple Haze und das Blue Velvet. Beide sind unfassbar einfach anzuwendende Wachse. Ihr könnt hier und ihr dürft hier nicht hohe Standzeiten erwarten, ihr könnt hier aber einen unfassbar einfachen und angenehmen Auftrag erwarten. Das Purple Haze riecht nach Trauben, ganz leicht nach Lavendel. Das Blue Velvet riecht nach Blaubeeren. Der Unterschied zwischen diesen beiden Wachsen, weil das wird oft gefragt, das hier ist eher ein hartes Wachs, das Purple Haze ist eher ein softes Wachs. Das ist einfach die Textur, die diese Wachse mitbringen. Am Ende des Tages muss man sagen, beim Auftrag, bei der Anwendung am Lack, macht das nicht ganz so einen großen Unterschied. Hier würde ich mich wirklich eher auf Basis der Farbe oder des Geruchs entscheiden, den ihr haben wollt. Wie gesagt, keine besonders standfesten Wachse. Das könnt ihr hier nicht erwarten. Der Auftrag ist aber besonders angenehm. Wenn ihr diesen einfachen Auftrag haben wollt, aber trotzdem ein bisschen mehr Standzeit, und wenn ihr auf einen angenehmen Geruch verzichten könnt, weil leider Gottes bringt die nächste Empfehlung das nicht mit, dann kann ich euch auch insbesondere das Dodo Juice Black Widow empfehlen. Ihr seht schon, das weist eine ganz schwarze Farbe auf. Hier bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, ob die schwarze Farbe da drin ist, weil hier zusätzliche Farbpigmente drin sind, oder weil es einfach ungebleichtes Montanwachs ist. Da bin ich nicht ganz sicher. Es riecht nach Schuhcreme. Das ist kein störender, aber das ist auch kein angenehmer Geruch. Aber von der einfachen Anwendung über das extrem schöne Abperlverhalten, das es erzeugt, über die enorm starke Farbaufrischung, man sieht wirklich auch auf einem polierten, auch auf einem perfekt vorbereiteten schwarzen Unilack, nach dem Auftrag von diesem Wachs würde man es abkleben, eine ganz klare Kante, halte ich das für eines der besten Wachse für Unilacke, wenn es einfach um den visuellen Effekt geht. Also das hier, Dodo Juice Black Widow, eine dringende Empfehlung für Uni-Schwarze Lacke. Dodo Juice hat aber noch ein paar mehr Wachse im Angebot, und zwar, die sind zwar ein bisschen älter, die gibt es aber nach wie vor im Sortiment, das ist die Supernatural-Reihe. Da ist es jetzt egal, ob ihr euch fürs klassische Supernatural entscheidet, das gibt es im klassischen Pot, das gibt es in einem kleinen 30ml Pot, das gibt es in diesen wunderschönen Holzpots, Holzpots, die kosten aber relativ viel, und es gibt es aber auch noch als Hybrid-Variante, das wäre vom Aufbau von Inhaltsstoffen ähnlich, wie das Black Widow, das wir euch gerade genannt haben, und es gibt noch das Supernatural Hybrid Nano, das war eines der ersten keramischen Wachse, was es überhaupt gab. Hier spielt es nicht ganz so eine große Rolle, welches ihr euch holt, wenn ihr trotzdem eine konkrete Empfehlung wollt, würde ich persönlich das ganz normale, klassische Supernatural nehmen. Nein, ihr seht schon, das weist keine zusätzlichen Farbpartikel auf, aber das ist erstens ein unfassbar einfach anzuwendendes Wachs, es ist zweitens ein Wachs, was ihr aufs ganze Auto auftragen könnt, und es dann einfach stehen lassen könnt, man soll es sogar 30 bis 45 Minuten lang ablüften lassen, selbst dann geht es noch wunderbar einfach runter. Auch das ist definitiv kein Wachs mit einer überragend langen Standzeit, das wird es nicht bieten können, es ist auch nicht das Wachs mit dem besten oder schönsten Beading aller Zeiten, aber den optischen Effekt, den es erzeugt, da bin ich wieder davon überzeugt, dass das eine wunderschöne Variante für Uni-Schwarze Lacke ist. Und dann, dann haben wir Dodo Juice von meinen persönlichen Empfehlungen für Uni-Schwarze Lacke soweit abgeschlossen. Dann haben wir hier noch Bouncers. Bouncers gibt es zwar leider als Hersteller nicht mehr, der hat aufgehört, ihr kriegt sie aber teilweise noch in einzelnen Shops. Auch Bouncers hat ein paar sehr, sehr, wirklich wunderschöne Wachse im Sortiment, die gerade auf Uni-Schwarzen Lacken sehr, sehr gut funktionieren. Und hier möchte ich zwei ganz besonders hervorheben. Einerseits das sogenannte Flawless, das ist einfach nur ähnlich wie das Supernatural, ein natürliches Wachs ohne zusätzliche Duft, ohne zusätzliche Farbstoffe, das ein absolut wunderschönes Finish erzeugt. Viel mehr aber noch, wenn es wirklich ums Thema Uni-Schwarz geht, würde ich persönlich euch das Capture the Rapture, ein klassisches Show-Wachs, empfehlen. Nicht die höchste Standzeit, nicht die höchste Hydrophobie, aber rein vom Finish her ein wirklich betörendes Wachs, das ich euch für Uni-Schwarze Lacke definitiv ans Herz legen kann. Ein sehr, sehr kleiner Hersteller, ebenfalls aus England, ist Immaculate Reflection. Diese Wachse überzeugen vor allem durch eine sehr einfache Anwendung, vielmehr aber noch durch absolut betörende Gerüche, die in diesen Wachsen mit drin sind. Und hier ist es vor allem das sogenannte Classic Canuba oder Classic Canuba Wachs. Das gibt es in unzähligen, vielen verschiedenen Duftvarianten, so dass jeder von euch seine bevorzugte Duftvariante finden wird. Aber auch das wäre rein vom Finish her ein wunderschönes Wachs, gerade für Uni-Schwarze Lacke. Das Wachs, was ich euch hier aber wirklich ans Herz legen möchte, ist das Glorious Gloss. Hier ist mir leider der Deckel gerissen, seht ihr schon. Aber rein vom Finish her, dass es wirklich eher in diesen Wet-Look reingeht und vom Oh, ich kriege jedes Mal einen Anfall. Ein süßer Erdnussbuttergeruch, einer der besten Gerüche, den ich jemals in Bezug auf die Wachswelt in der Nase hatte. Wunderschön, aber auch diese zwei Wachse, Classic Canuba und insbesondere das Glorious Gloss, aus meiner Sicht eine gute Wahl für Uni-Schwarze Lacke. Und dann zu guter Letzt, seht ihr jetzt gerade nicht, WoWos, englische Marke wieder mal, hat ebenfalls ein Wachs im Angebot, von dem es zwei Varianten gibt, komme ich gleich drauf, dass ich persönlich für Uni-Schwarz euch empfehlen kann und möchte. WoWos hat ein bisschen eine bewegte Geschichte hinter sich. Zuerst war es eine eigenständige Marke, dann hatten sie sich The Wreck Company angeschlossen, da wurden ein paar Sachen geändert und im Moment sind sie wieder eigenständig. Als sie eigenständig waren, hieß das Wachs, was es hier gab und das ich euch eben empfehlen möchte, Butter Wax. Und ihr seht schon, das ist eher ein naturbelassenes Wachs. Ein eher, würde ich sagen, weiches, öliges Wachs, das sich wunderbar einfach verteilen lässt, keinen besonderen Geruch mit sich bringt, Stichwort Schuhcreme, aber was eben wieder für dieses schöne, bevorzugte Finish sorgt, das wir auf Uni-Schwarzen Lacken haben möchten. Zu Zeiten, als sie bei The Wreck Company waren, hieß das Ganze Mellow Wax, ist aber oder war, glaube ich, von den Inhaltsstoffen, vom Aufbau her, absolut ähnlich. Ja, auch da kein besonderer Geruch. Eine ganz klitzekleine, leichte Vanillenote ist da vielleicht dabei, aber diese beiden wachsen, egal für welche Variante ihr euch hier entscheidet, auch das wäre eine gute Wahl für Uni-Schwarze Lacke. Wir bleiben mal geografisch gesehen noch in England und reden über Angel Wax, über Blackmagic Detail, über Michelin King und über Wax Addict. Da gibt es wirklich einige Waxe, die ich euch wirklich ans Herz legen möchte und das sind einerseits bei Angel Wax, ja, bei Angel Wax muss man sagen, sind es, lasst mich überlegen, zwei. Einerseits das Dark Angel, da steckt es ja schon im Namen drin, optimiert für dunkle Lackfarben und auch hier haben wir, ihr seht es, ein schwarzes Wax. Im Vergleich zum Dodo Juice Black Widow haben wir hier aber einen Schokoladengeruch und diese Kombination, auf einem dunklen, auf einem schwarzen Auto dieses Wax aufzutragen, den Schokoladengeruch in der Nase zu haben und dann das visuelle Endergebnis zu sehen, weil auch das hier ähnlich wie das Dodo Juice erzeugt eine absolut klare, sichtbare Abdunkelung, einen wunderschönen Wasserperleffekt, aber auch da würde ich jetzt an eurer Stelle nicht davon ausgehen, dass das hier ewig hält. Und bei den Angel Wax Sachen ganz, ganz wichtig, in Bezug auf den Auftrag, reden wir, wie Mr. Miyagi sagen würde, von Wax On, Wax Off. Das heißt, bau teilweise arbeiten. Wenn ihr diese Waxe zu lange auf dem Lack drauf lasst, dann werden sie richtig, richtig zickig und mühsam in der Abnahme. Das heißt, ihr tragt das beispielsweise auf eine halbe Motorhaube, auf einen Kotflügel, auf eine halbe Tür auf und dann wischt ihr es sofort wieder ab. Dann funktionieren sie wirklich, wirklich gut und wirklich wunderbar. Also, Dark Angel von Angel Wax, eine Variante. Und dann noch das Fifth Element. Hier habe ich nur den kleinen Pot. Auch das ist ein keramisches Wax. Beziehungsweise, das ist meine Vermutung, denn Angel Wax und der John Hawk, der Entwickler hinter diesen Waxen, spricht hier immer nur von einer mysteriösen, von einer geheimen fünften Zutat, die er nicht nennen möchte. Ich vermute mal, das ist ein keramisches Wax. Das Besondere ist, dass das hier eher von den restlichen Inhaltsstoffen ein Show Wax ist und der keramische oder der besondere fünfte Bestandteil, der sorgt dann aber doch für ein schönes Abperlverhalten und eine vergleichsweise lange Standzeit. Das Fifth Element wird euch länger halten als das Dark Angel. Das Fifth Element wird euch länger halten als die, die ich euch gerade von Dodo Juice genannt habe. Es wird aber nicht so lange halten, wie ein wirklich nur auf Standzeit ausgelegtes Wax. Das kann es gar nicht schaffen. Ja, Geruch, leicht citrusartig, aber auch hier nichts wirklich Besonderes, aber vom Finish her ein absoluter Geheimtipp. Also das Fifth Element von Angel Wax könnt ihr euch definitiv mal anschauen, wenn ihr ein schönes Wax für Uni schwarze Lacke sucht. Wax Addict ist ein, wie kann, lasst es mich experimenteller Hersteller nennen. Der kommt immer mal wieder mit einem neuen Wax. Der experimentiert mit verschiedenen Labeldesigns hier, wobei die Waxe tendenziell immer grundsätzlich die gleichen geblieben sind über die Jahre. Wax Addict hat einige Waxe von denen ich überzeugt bin, die wären nicht schlecht. Es gibt aber hier ein Wax, von dem ich überzeugt bin, dass es auf Uni schwarz den besten Effekt hervorruft und das ist das Vitreo. Auch das hier ist kein Wax mit zusätzlichen Farbpartikeln, das sind einfach die Farben der Inhaltsstoffe, die da drin sind. Bringt einen absolut betörenden, exotischen, tropischen Fruchtgeruch mit sich, der mich sehr an das erinnert, was wir bei Swisswax gewohnt sind. Und ist ein oder kann ein einfach anzuwendendes Wax sein. Das, was bei Wax Addict schwierig ist, ist, wir haben teilweise Qualitätsschwankungen, weil diese Dinger halt wirklich handgemacht und handgegossen sind. Das heißt, wenn ihr Glück habt, erwischt ihr mal eine Variante, die wirklich einfach ist und bei der nächsten Variante stellt sich das Wax dann aus irgendeinem Grund schwierig an, wenn man es zu lange drauf lässt, wenn die Umgebungstemperatur, in die Luftfeuchtigkeit nicht ganz stimmt. Mit dem muss man bei Wax Addict leben, mit dem muss man bei Wax Addict vor allem auch mehr leben als bei anderen Herstellern, die Custom Waxes anbieten. Ich weiß nicht, woran es liegt, ist leider so, ist schade, aber ja, das Wax Addict Vitreo ist ein Wax, das ich euch für Unischwarz, wenn ihr das bekommt, definitiv ans Herz legen kann. Tipp, wartet hier bis zum Black Friday, weil zum Black Friday kriegt ihr diese Waxe von Wax Addict in der Regel zu sehr, sehr günstigen Preisen. Dann Black Magic Detail, schottischer Hersteller, das sind definitiv nicht die günstigsten Waxe, genauso wenig wie Wax Addict, aber auch hier gibt es ein paar, wo ich sagen muss, wenn wir wirklich für die Eignung für Unischwarz sprechen, sind die schon verdammt gut. Das wäre einerseits mal das Sirius, Achtung, ihr müsst darauf achten, dass ihr das Sirius in der Dark Edition kriegt, weil es gibt hier zwei, das normale Sirius, seht ihr schon, kommt in diesem Grell-Gelb daher und das Sirius Dark Edition hier in diesem Dunkel-Violett. Das ist eben genau das, was ich euch vorher gesagt habe, warum kommt ein Hersteller wie BMD mit einer speziellen Variante für dunkle Lacke heraus, die auch eine andere Farbe hat? Wahrscheinlich haben diese Farbpigmente eben doch einen Einfluss am Ende des Tages. Das Sirius ist im Sortiment von BMD ganz klar ein Show-Wax und deswegen, weil das hier doch ein relativ öliges Wachs ist, muss ich sagen, dass das Sirius Dark Edition für Uni Schwarz sehr, sehr gut geeignet ist. Genereller Einschub hier an dieser Stelle, wenn es ums Finish von Wachsen geht, spielen die Öle, die da drin sind, meistens eine sehr viel größere Rolle als die Frage, ob da jetzt Kanauba, Montan, Bienenwachs oder sonst was drin ist. Die Öle sind das, was eben diese besonderen Lichtreflektionen erzeugt. Die Öle sind aber auch das, was solche Wachse grundsätzlich nicht ganz so lange haltbar macht. Das einfach noch als Einschub für euch. Ihr seht, BMD hat noch viel mehr Wachse im Sortiment. Sie haben ein Standardsortiment, sie haben immer mal wieder Special Editions. Ja, diese Special Editions wären teilweise oder waren teilweise aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut geeignet für dunkelschwarze Lackfarben. Teilweise gibt es diese aber gar nicht mehr käuflich erwerblich. Deswegen ist es jetzt hier in diesem Sortiment wirklich und vor allem das Sirius in der Dark Edition, das ich euch für schwarze Lacke empfehlen kann. Michelin King ist ein unglaublich schwieriger Hersteller, weil der mitunter und meines Wissens das größte Wachssortiment auf der ganzen Welt hat. Wir reden hier von Hunderten von Wachsen und es ist teilweise von den Beschreibungen des Herstellers her sehr schwierig, sich hier für einen Wachs zu entscheiden. Was Michelin King immer mal wieder hat, sind Serien wie diese Markenwachse hier, wo er sagt, die sind für bestimmte Marken, also für BMW, für VW, für Land Rover, für Aston Martin und so weiter geeignet und auch auf diese Lackfarben hin entwickelt und es gibt immer mal wieder Wachse, die sind für bestimmte Lackfarben, also Rot, Schwarz, Weiß und so weiter entwickelt. Er hat ein Standardsortiment, er hat ein Luxussortiment, wie gesagt, das ist unglaublich schwierig. Das Wachs, was mich persönlich für Unischwarze Lacke bisher am meisten überzeugt hat, war dann doch tatsächlich das Noir. Noir steht für dunkel, wurde meines Wissens für einen schwarzen Bugatti entwickelt, ist aber, ihr seht's, da ist keine Farbe mit drin, das ist einfach nur ein naturbelassenes Wachs, das einen, ja, erfrischenden, leicht zitusartigen, aber vor allem parfümartigen Geruch mit sich bringt. Funktioniert für Unischwarze Lacke tatsächlich sehr, sehr, sehr gut, aber Hinweis, die Michelin King Wachse reagieren sehr heikel auf Umgebungstemperaturen und auf Luftfeuchtigkeit. Gerade bei diesen Wachsen kann es sein, dass ihr nach dem Auftrag und nachdem ihr sie weggewischt habt, noch diese typischen öligen, schlierigen Wachshologramme habt. Wenn ihr das habt, mein ganz, ganz klarer Tipp, lasst die drauf, fahrt das Auto eine Woche, dann wascht ihr es, dann werden diese öligen Rückstände in der Regel mit der ersten Wäsche wieder unten sein. Also, Michelin King, das Noir, könnte ebenfalls eine sehr gute Variante für Unischwarz sein. Order Brides Direct muss ich euch klar dazu sagen, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos reduzieren sie ihr Wachssortiment gerade, das heißt vielleicht in der Zukunft, wenn ihr euch das Video anschaut, gibt es die gar nicht mehr. Da gab es aber oder gibt es das Penny Black, das ist ein traditionelles, relativ naturbelassenes Karauberwachs. Das funktioniert aus meiner Sicht sehr, sehr gut für Unischwarze Lacke. Ein Hersteller, der leider Gottes auch letztes Jahr seine Produktion eingestellt hat, war Simple Wax, der hatte aber fantastische Wachse im Sortiment und gerade das Gloss war eines, was ich gefunden habe, hat auf Unischwarzen Lacken sehr, sehr gut funktioniert. Kommt mit einer leicht, ja, das schneide ich nicht raus, sollt ihr ruhig sehen, mit einer leicht bläulichen Farbe daher und einem absolut wunderschönen Bubblegum-Geruch. Also auch das, das Simple Wax Gloss, falls ihr es noch irgendwo bekommt, wäre eine schöne Variante für Unischwarz, gerade weil das auch wieder ein sehr, sehr schönes Abperlverhalten mit sich bringt. Wax Addict war oder ist einer meiner absoluten Lieblingswachshersteller, war deswegen, weil gerade vor ein paar Tagen der Besitzer der Tony Colson kommuniziert hat, dass er die ganze Marke an Into Detailing, an den englischen Online-Shop verkauft hat. Das heißt, wie es hier in Zukunft mit den Wachsen weitergeht, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, das werden wir beobachten müssen. Wenn ihr aber noch in manchen Shops, weil die waren dann doch relativ weit verbreitet, gerade in England, diese Wachse hier bekommt, dann gab es hier aus meiner Sicht mitunter die besten, absolut herausragende Wachse für Unischwarze Lacke. Und zwar war das tendenziell die Show Wax Reihe, unter anderem das Show Business, das Vanilla Sky, das, wo haben wir es? Hier hinten, das Obsidian und auch das Assassin. Wenn ihr hier wieder eine persönliche Empfehlung haben wollt, dann würde ich euch von all diesen Wachsen am ehesten das Vanilla Sky eigentlich noch aber mehr das Obsidian empfehlen. Das Obsidian kommt, ja, jetzt habe ich das falsch erwischt, das war eine Special Edition in Rot mit einem, ja, einem unbeschreiblichen Süßigkeiten-Geruch. Das standardmäßige Obsidian, ne, das ist auch eine Special Edition. Also ihr seht, auch Wax Addict war ein Hersteller, der gerne mit Special Editions gespielt hat. Ja, das standardmäßige kam in dieser grauen Farbe daher, mit einem Tutti Frutti Geruch und das hier war wirklich ein Wachs, dass wenn ihr es aufs Auto aufgetragen habt, dann ein paar Schritte zurückgegangen seid und ihr seht das in der Sonne. Das erzeugt wirklich einen sichtbaren Effekt und das Auto sieht anders aus. Das Auto sieht hervorragend, der Lack sieht betörend aus. Also Wax Planet Obsidian, obwohl ich habe ja euch ein paar Alternativen genannt, wäre aus meiner Sicht eine hervorragende Wahl für Uni schwarze Lacke. Wir bleiben noch ein bisschen in England, denn auch diese fünf Wachse hier wären aus meiner Sicht eine sehr gute Wahl für Uni schwarze Lacke. Build Hember, das Finish Wax, hier ist es wirklich wichtig, dass ihr euch das Wachs hier und nicht das gleich aussehende Double Speed Wax holt. Das Double Speed Wax ist ein sehr standfestes Wachs, weist eine überragende Hydrophobie auf, das Double Speed Wax hat aber ein zentrales Problem, die öligen, schlierigen Hologramme, die es hinterlässt und gerade auf Uni schwarz sieht das halt nicht schön aus, direkt nach dem Auftrag. Das Finish Wax aus meiner Sicht erzeugt ein nahezu gleich gutes Beading, aber ist in der Anwendung deutlich, deutlich einfacher und angenehmer, als es das Double Speed Wax ist. Autoglanz, das Ciara, das Ciara ist ein Show Wax mit dieser wunderschönen rötlichen Farbe, ihr seht schon, auch das eine sehr, sehr gute, der Duft steigt mir gerade hier in die Nase, sehr, sehr angenehmer Geruch auch. Das gute alte Autoglim UHD oder Ultra High Definition Wax, auch das hier überzeugt mit einer überragend einfachen Anwendung und einem wunderschönen Beading, aber auch das wird halt nicht besonders lange halten. Autofinesse, auch wenn ich die Wachse tendenziell für zu teuer halte, für das, was sie sind und für das, was ihr bekommt, muss ich sagen, das Illusion ist wenigstens vom Finish her wirklich überzeugend für Uni Schwarze Lacke und einer meiner wirklich absoluten Geheimtipps für euch, wenn ihr ein überragendes Wachs wollt für Uni Schwarze Lacke, wenn es ums Finish geht, dann solltet ihr euch wirklich mal das Infinity Wax Primo anschauen. Ihr seht schon, das ist ein sehr trockenes Wachs, aber ihr seht auch schon, wenn ich mir so einen Krümel hier nehme und den hier verreibe, dann wird es wieder ölig und diese besondere Textur und Beschaffenheit, die führt zu einem unfassbar einfachen und angenehmen Auftrag, vielmehr noch der Abtrag ist hier wirklich wunderbar einfach, weist einen angenehmen, orangigen, citrusartigen Geruch auf, aber das Finish, dass dieses Wachs hier erzeugt, hat mich persönlich wirklich überzeugt, also Infinity Wax Primo, einer meiner absoluten Geheimtipps für Unischwarze Lacke. Diejenigen, die mich schon länger kennen, wissen, das hier ist mein Lieblingsregal, denn es gibt für mich zwei Hersteller aus England bzw. Schottland, die ganz, ganz oben mitspielen, wenn es ums Wachsgame geht und das sind ODK und das sind HP Sauce. Hier haben wir wirklich mitunter meine absoluten Favoriten, wenn es ums Thema Unischwarz geht, wenn es ums Thema Showwax geht, aufgrund des einfachen Auftrags, aufgrund der betörenden Gerüche, die da mit drin sind und aufgrund des Finish, das sie erzeugen. Achtung, keines von diesen Wachsen wird mit einem Soft 99 Fusso Code von der Standzeit her mithalten können. Die meisten erzeugen nicht das allerbeste Appellverhalten, vielleicht kann es am Anfang noch mithalten, das wird aber relativ schnell abbauen. Das hier sind Liebhaberwachse, das hier sind Wachse, wenn ihr euer Auto gerne versiegelt, wenn ihr euch Zeit nehmt, wenn ihr ein emotionales Erlebnis haben wollt, dann sind das hier betörende Wachse. Bei ODK, wenn es um Unischwarz geht, sind es aus meiner Sicht vor allem zwei Wachse, die ich euch wirklich empfehlen möchte. Einerseits das Concours und andererseits das Glamour hier. Concours, einen unfassbar betörenden, jetzt muss ich schnell meinen Turm hier abbauen, wenn ich euch das zeigen kann, gelbe Farbe, ein, Achtung, es artet schon wieder aus. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh, ich muss gerade überlegen, wenn ihr mich zwingen würdet, alle diese Wachse hier auf fünf mit dem besten Geruch runterzubrechen, dann verspreche ich euch, wäre das hier mit dabei. Der authentische Mango-Geruch, der da drin ist, das ist ein Erlebnis für sich. Eigentlich muss man sich dieses Wachs als Sammler schon nur deswegen holen. Also, ODK Concours, wenn es um Unischwarz geht, aber auch das Glamour. Das Glamour ist das Wachs im Sortiment von ODK, wo ich sage, das ist wirklich das Showworks. Das ist das, was am wenigsten lange hält, das ist das mit dem tendenziell schlechtesten Abperlverhalten, mit einem Uh, Ja! Sehr, sehr angenehm und Zitronenlimettenartigen Abnicht-Klostein, ganz wichtig, da ist irgendwas anderes noch mit drin. Das ist fast schon was Lebkuchenartiges noch mit dabei. Wunderschöne grüne Farbe, ihr seht auch schon, wie es hier reingegossen ist, ODK spielt da von der Qualität her wirklich oben mit und hier vor allem das Finish, weil ein relativ weiches, weil ein relativ öliges Wachs. Also, bei ODK ganz klar Glamour oder Concours, wenn ihr ein sehr gutes Wachs für Unischwarze Lacke haben wollt. Und falls ihr euch jetzt schlichtweg nicht zwischen Glamour und Concours von ODK entscheiden könnt, dann gibt es ja noch den österreichischen Online-Shop Deep Point und der bringt zusammen mit HP Source und ODK immer mal wieder Special Editions raus, unter anderem im Fall von ODK eine Mischung aus jeweils zwei verschiedenen Wachsen und da seht ihr schon, gibt es die Deep Point Fusion aus Glamour und Concours. Das heißt, hier könntet ihr euch einfach eine Mischung aus den beiden Wachsen schnappen und auch das wäre aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Wahl für Unischwarze Lacke. Und dann gibt es ja noch die günstigere Submarke von ODK namens Wax Junkies, wo ihr herausragend qualitativ hochwertige Wachse für sehr, sehr kleines Geld bekommt. Da gibt es, hier stehen zumindest einige Wachse, die gibt es gar nicht mehr im Sortiment. Jetzt aktuell findet wieder mal ein Redesign statt. Das hier war bis vor kurzem das aktuelle Design, das ist auch schon wieder überholt. Ich mache es hier kurz, wenn ihr euch ein Waxed Junkies Wachs holen wollt, würde ich euch für Unischwarz am ehesten zum Kalt Classic raten. Dann sind wir noch bei HP Sauce und hier ist es eigentlich relativ klar, das klassischste Wachs, so würde ich es jetzt mal nennen, in Bezug auf die Eignung für schwarze Lacke, war immer und jahrelang das Mountain Madness, also ein größtenteils auf Montanwachs basierendes Wachs mit einer weißen Farbe. Da gab es aber letztes Jahr eine neue Variante, nämlich das Dark Montana, das dann hier dunkel gefärbt war. Aus meiner Sicht, ich breche schon wieder zusammen, sind die gut. Aus meiner Sicht spielt es hier nicht ganz so eine große Rolle, welche sie euch holt. Ich glaube, die Farbpigmente, die da drin sind, machen nicht einen riesengroßen Unterschied. Das sind beides hervorragende Wachse für Unischwarz und das Schöne bei HP Sauce ist, ihr könnt hier ihm einfach schreiben und sagen, hey, ich hätte gern das Mountain Madness, macht mir aber einen Lebkuchengeruch, einen Zitronengeruch, einen Orangengeruch oder was auch immer hier rein, absolut ohne Probleme und ohne einen riesengroßen Aufpreis möglich. Also, HP Sauce, wenn es um Unischwarze Lacke geht, ganz klar, das Mountain Madness, grundsätzlich wären auch das Scorpius Show Butter, keine schlechte Wahl, definitiv nicht, das Banana Cortado, wobei beide sind für mich eher, oder sagen wir es so, sie brillieren auf warmen Lackfarben eher noch, aber beide wären auch eine sehr gute Wahl, wenn wir es jetzt aber mal einfach halten wollen und herunterbrechen wollen, würde ich wirklich sagen, bei HP Sauce Unischwarz holt euch das Mountain Madness oder das Dark Montana. Fireball, koreanischer Hersteller, der sich still und heimlich in mein Herz geschlichen hat, wenn es um Wachse geht. Diese Wachse hier sind absolut betörend, sie sind hervorragend, sie überzeugen mit einem idiotensicheren Auftrag, mitunter die einfachsten, die ihr auf dem ganzen Markt finden werdet, sie sind in solch wunderschönen Acrylglas Behältern erhältlich, also da macht Fireball einiges richtig, auch wenn das hier, muss man ganz klar dazu sagen, nicht die günstigsten Wachse sind. Wenn es ums Thema Unischwarz geht, dann hat mich persönlich vor allem ein Wachs massiv überzeugt und das ist oder das war das Brazil Wachs. Ihr seht schon, bei diesen Behältern hier sind die ein bisschen schwer auseinander zu halten, das ist jetzt einfach, ich weiß welches es ist, aber das Brazil Wachs ist das hier, ihr seht schon, mit der natürlichen Farbe hier drin und das ist das, was mich vom Finish her wirklich überzeugt hat, wenn wir von Unischwarz sprechen. Soft 99 ist ein schwieriges Thema, warum? Weil ich persönlich finde, wenn ihr ein Wachs sucht, das vor allem in Bezug auf seinen ist Soft 99 nicht die erste Wahl. Soft 99 bietet euch Wachse an, die unglaublich günstig sind, für das, was sie leisten. Und mit Leistung meine ich ein überragendes Abperl- und Ablaufverhalten, also Hydrophobie. Und ich meine auch im Vergleich mit anderen Wachsen eine sehr, sehr hohe Standzeit. Das ist das, was ihr hier erwarten könnt. Und deswegen lasst es mich so formulieren. Wenn ihr schon jemand seid, der ein Wachs möchte, was in Bezug auf seinen Finish überzeugt, ihr aber nicht auf Hydrophobie und Standzeit verzichten könnt oder wollt, dann schaut euch bei Soft 99 um. Dann sind das Wachse, wo ihr hier das wirklich bekommt. Wenn ihr sagt, mein Gott, wenn ich was mit hoher Standzeit möchte, dann trage ich mir eine Keramik oder Sonax Polymer Net Shield auf, dann brauche ich kein Wachs. Dann könnt ihr euch auch die andere Wachse anschauen. Also, wenn Soft 99, dann gibt es für mich zwei Wachse, die für Uni Schwarz herausstechen. Das ist einmal das King of Gloss in der dunklen Variante und das ist einmal das Premium Authentic. Hier muss ich das, was ich vorher gesagt habe, gleich wieder einschränken. Das Premium Authentic erzeugt nicht die schönste Hydrophobie, weil hier dann doch wieder ein höherer Anteil an Canauberwachs drin ist. Das Premium Authentic ist für mich ein spannendes Wachs, weil es zeigt, dass alle Hersteller nur mit Wasser kochen. Die anderen Wachse von Soft 99, da sind vor allem Erdöl Derivate drin. Und Erdöl Derivate sind eine günstige Variante, um in der Massenproduktion Wachse herzustellen, die lange halten und die schön abperlen. Wenn ein Hersteller wie Soft 99 auch hingeht und wie andere Hersteller mit mehr Canau bearbeitet, dann kriegt auch Soft 99 es nicht mehr ganz so gut hin, ein Wachs zu geben, was schön abperlt und lange hält. Deswegen ist das für mich ein schönes Beispiel dafür, dass man sagen muss, alle Hersteller kochen mit Wasser. Aber wenn es um unischwarze Lacke geht, dann wäre bei Soft 99 das Wachs hier zusammen mit dem King of Gloss das Mittel meiner Wahl. Und dann sind wir aber noch nicht ganz fertig bei diesem Regal hier, denn auch das Tonien Crystal Ceramic Coating Wax in der Dark oder dunklen Variante mit dieser roten Einfärbung hier, das wäre eine schöne Variante, weil das einfach es riecht auch sehr gut noch. Das ist ein absolut unterschätztes und herausragendes Allrounder Wax. Wunderschönes Abhellverhalten, hält länger als viele andere Waxe, die ich euch gerade genannt habe und kostet fast gar nichts. Also das hier ist ein hervorragendes Allrounder Wax, das aber auch vom Finish her doch noch aus meiner Sicht sehr geeignet wäre für Unischwarz. Viel mehr aber noch, wenn es ums Finish geht, das Gian Q2 Wax kommt ja in diesem Deo Roller daher, deswegen von der Auftrage Variante ein bisschen was anderes. Apropos Auftrag, mitunter eines der einfachsten Waxe überhaupt, mitunter eines der am schönsten abperlenden Waxe überhaupt, wird euch nicht ewig halten, aber auch das hier, rein vom Finish her, für Unischwarze Lacke durchaus ein Geheimtipp, den ich euch ans Herz legen kann. Wir gehen nach Amerika und dann später noch nach Europa. Bei den Amerikanern muss ich persönlich euch sagen, ihr kriegt hier nicht immer und ja doch größtenteils kriegt ihr hier nicht Waxe, die mit asiatischen, die mit englischen Varianten mithalten können in Bezug auf Standzeit, Verarbeitung und Hydrophobie. Wenn es ums Finish geht, dann war aber Amerika immer schon ein Land, das einen sehr hohen Stellenwert Richtung Show und Schein gelegt hat und deswegen gibt es hier wirklich für Unischwarze Lacke, wenn es euch nur ums Finish geht, absolut hervorragende Wahl. Beispielsweise das Surf City Garage Barrier Reef Wax mit einem, ja, ich würde es nicht einen betörenden, aber einen wahrnehmbaren Bubblegum Geruch bezeichnen. Ihr seht auch das Problem an sehr harten Wachsen in solchen Plastikpots, die brechen halt leider. Verarbeitung traumhaft einfach und auch wenn ihr jemand seid, der Wert auf Lackglätte legt, dann ist das hier ein absoluter Geheimtipp, mitunter eines der glattesten Wachse überhaupt, mitunter aber auch eines der am wenigsten standfestesten Wachse, muss man klar dazu sagen, aber Unischwarz definitiv eine schöne Variante. Bei R222 muss ich sagen, werdet ihr mit beiden Wachsen gut beraten, ich persönlich finde aber das R222 Concours, das mit dem blauen Deckel noch ein bisschen besser geeignet, wenn es ums Finish auf Unischwarzen Lacken geht. Also auch das könnt ihr euch definitiv anschauen. Griots Garage, Best of Show Wax, absoluter Geheimtipp in den USA, sehr gute Wahl. Collinite, das 915, ebenfalls eine sehr gute Wahl, sind beides Wachse, ohne zusätzliche Farbpigmente, Geruch, Schuhcreme, das ist das, woran es mich erinnert, das Collinite noch ein bisschen mehr nach Lösemitteln, aber beide, muss ich sagen, sogar beide relativ ähnlich. Vom Finish her eine sehr, sehr schöne Variante. Das Finish Care Pink Paste Wax, Achtung, holt euch nicht das 1000p, das ist ganz klar das angeblich standfeste Wachs, hier muss ich persönlich sagen, das wurde von vielen anderen Wachsen überholt, in Bezug auf die Standfestigkeit. Wenn es ums Finish geht, das Pink Paste Wax von Finish Care ebenfalls eine gute Variante. Bei Turtle Wax muss ich sagen, Turtle Wax wäre nicht meine erste Wahl auf Unischwarz, wenn ihr mich zwingt, euch hier eine Empfehlung zu geben, dann am ehesten das aktuelle, das neue, das Ceramic Graphene Paste Wax, aber nochmal wäre nicht meine erste Wahl. Auf Unischwarz würde ich persönlich viel eher zu Maguiers greifen und da vor allem zwei Waxe. Einmal das Ultimate Paste Wax, das wunderbar nach Vanille riecht und extrem einfach anzuwenden ist, auch wenn es draußen mal ein bisschen wärmer ist. Viel mehr aber noch, wenn es ums Finish geht, wenn es um einen visuell sichtbaren Wet Look Effekt geht, das heißt, diesen Effekt, das Royal Lack aussieht, wie wenn ihr in eine dunkle, schwarze Flüssigkeit schaut, dann vor allem das NXT Tech Wax 2.0. Das sind aus meiner Sicht sehr, sehr schöne Varianten aus den USA, aber auch, da muss man es jetzt wirklich sagen, beide Waxe von Pinnacle. Das sind so absolut klassische Beispiele von dem, was ich euch vorher gesagt habe. Abwehrverhalten, man kann es nicht anders sagen, geradezu schlecht. Verarbeitung ist okay, aber nicht die einfachsten, die es auf dem Markt gibt. Wenn es ums Finish geht, muss ich aber bei beiden sagen, da überzeugen sie, da erzeugen sie wirklich einen sichtbaren Effekt. Ja, die sind halt teuer, weil wir sie uns aus USA herholen müssen, sie sind bei uns nicht einfach verfügbar, aber, wenn es ums Finish geht, beide aus meiner Sicht eine gute Wahl von Pinnacle, das heißt, einmal das Signature Series, zwei heißt es, glaube ich, genau, und dann aber auch das Souverän, Souverän, das steckt es ja schon im Namen drin, beides eine sehr schöne Wahl. Bei Blackfire, amerikanische Marke, ist bei uns fast gar nicht bekannt, muss ich sagen. Auch da wieder, die haben mehrere, beide, die ich hier habe, wären eine gute Wahl. Das Midnight Sun ist ein klassisches Kanauberwachs, wie es im Buche steht, muss ich sagen. Kommt in einem wunderschönen blauen Säckchen daher. Und ihr seht schon, so stelle ich mir ein klassisches Kanauberwachs vor, mit einem, ja nicht mal Schuhcreme-artigen, das riecht nach gar nichts. Lustig, also wie man das hinkriegt, dass das Wachs nach gar nichts riecht, ist mir auch ein Rätsel. Noch ein bisschen mehr wäre das Black Ice geeignet und ihr seht schon, das ist wieder ein Wachs, was schwarz eingefärbt ist. Also diese beiden, rein vom Finish her und wenn ihr euch unbedingt ein Wachs aus den USA holen wollt, dann wären das hier schöne Varianten. Aber auch das McKees Trademark heißt es glaube ich, genau, das McKees Trademark ebenfalls ein absolut klassisches Kanauberwachs, ölig, einfach anzuwenden, keine, ja, Schuhcreme, keine Duftstoffe, keine Farbstoffe mit drin, funktioniert aber vom Finish her muss man sagen, gut, alles was ich jetzt euch gesagt habe, klingt so, als wären sich diese Wachse relativ ähnlich, sind sie auch, muss man wirklich lustigerweise dazu sagen, man kriegt teilweise sogar die gleichen Säckchen dazu, von der Performance, vom Auftrag, von allem, muss ich wirklich sagen, die sind sich so ähnlich, dass ich mir schon unsicher bin, ob das tatsächlich auch alles unterschiedliche Wachse sind oder ob die am Ende des Tages aus der gleichen Fabrik kommen. Weiß ich nicht, ist nur eine Vermutung. Was ich noch sagen wollte, keiner von euch muss sich diese amerikanischen Wachse holen. Alle, die ich euch gerade und vorher genannt habe, die erzeugen aus meiner Sicht, das exakt gleiche oder noch ein besseres Finish, sie erzeugen eine schönere Hydrophobie, sie halten länger, sie bringen angenehmere Gerüche mit sich, also das hier wirklich nur, wenn ihr unbedingt und ums Verrecken was anderes haben wollt als euer Nachbar, dann könnt ihr euch das anschauen. Ein echter Geheimtipp, weil das werdet ihr suchen müssen, das gibt es nur noch in ganz, ganz, ganz wenigen Shops und dort ist es teilweise echt teuer, aber wenn es euch vom Finish wirklich wichtig ist, dass ein Wachs was erzeugt, dann schaut euch das Victoria Wachs Konkurr an. Das war wirklich, ja, das ist halt schon ein bisschen älter, das Wachs, das sieht man auch von der Konsistenz her, da war ein leicht fruchtiger Geruch mit drin, aber ihr werdet feststellen, wenn ihr nach dem hier googelt, dass ihr Forum-Beiträge findet, in denen Leute geradezu ausrasten, weil das so ein überragendes Show Wachs sein soll und gerade auf Unischwarz sehr, sehr gut funktioniert. Also das hier ist ein echter Geheimtipp, aber da müsst ihr wirklich suchen, das ist nicht mehr einfach zu bekommen. Dann, wir bleiben noch in den USA, Ziemüll. Ich kann, will und werde euch die hohen Preise, die ihr bei Ziemüll bezahlt, nicht rechtfertigen. Ich werde euch vor allem nicht die ganz, ganz teuren Wachse empfehlen, die Ziemüll im Sortiment hat, weil, ja, womöglich funktionieren die auf Unischwarz sehr gut, nur ich persönlich und mit meinem Verständnis von Anstand und von Integrität. Ich kann nicht rechtfertigen, warum ein Wachs mehrere hundert, wenn nicht sogar tausend Euro kosten soll. Da hört bei mir persönlich der Spaß auf und deswegen möchte ich euch solche Wachse gar nicht erst empfehlen. Von denen, die noch, sie sind auch teuer, aber sie sind halt noch realistischerweise, wenn man ein bisschen spart, erreichbar, von denen muss ich sagen, dass vor allem das gute alte Konkurr ein wirklich, wirklich, wirklich tolles Wachs ist. Es bringt einen unfassbar angenehmen Zimtgeruch mit sich. Die Verarbeitung ist absolut kinderleicht und halt auch vom Finish, dass es erzeugt, muss ich wirklich sagen, ein unfassbar schönes Wachs, ein tolles Wachs, was nicht nur auf Unischwarz, auch auf vielen anderen Farben wunderbar funktioniert. Also wenn ihr euch von Ziemüll was holen wollt für Unischwarz, würde ich euch am ehesten das Konkurr empfehlen. Das Wolfgang Fusion, das Emo, was hier so prominent dasteht, wäre jetzt keine schlechte Wahl, muss ich sagen, aber es geht ja in diesem Video um persönliche Empfehlungen und was ich euch besonders ans Herz legen möchte. Und da waren alle, die ich euch gerade genannt habe, aus meiner Sicht besser geeignet fürs Finish als diese hier. Dann, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Adams. Bei Adams ist es, lustigerweise, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, welches das ist, weil die nicht angesch... Doch hier, das günstigste Wachs, das sie haben, nämlich das Amerikaner. Kommt mit einem Applikator drin, von der Farbe her seht ihr schon, blau, einen schwierig zu definierenden, ja, ich bleibe dabei, Schuhcreme-artiger Geruch, aber rein vom Finish her, auch da wieder, typisches amerikanisches Wachs, Hydrophobie, ah ah, Standzeit, ah ah, Finish, ja, Finish können die Amerikaner. Also wenn ihr euch von Adams was holen wollt, dann am ehesten aus meiner Sicht das Amerikaner, was eben, wie gesagt, auch das günstigste Wachs ist, was Adams im Sortiment hat. Und dann noch, lasst mich überlegen, doch, klar, Nettys Paste Wachs, sowohl das Blue, das Blaue, aber insbesondere, halt auch hier wieder, das Black, das Schwarze, weil, ihr seht schon, schwarze Farbe hier wieder drin. Auch das hier, ähnlich wie das Dodo Juice Black Widow, ähnlich wie das Angel Wax Dark Angel, sind das halt Wachse, die aufgrund dieser schwarzen Farbe, die hier drin ist, im Finish überzeugen, weil sie halt eine wirklich, wirklich schöne, sichtbare Abdunkelung erzeugen. Noch dazu kommt, dass die Nettys Wachse unfassbar einfach in der Anwendung sind. Mindestens genauso einfach wie die Dodo Juice Wachse. Also das hier wäre auch aus meiner Sicht eine schöne Alternative und, auch wenn ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass das, was die Chemical Guys sagen, immer auch der Wahrheit entspricht, muss ich sagen, beim Peets 53, ja, das ist ein gutes Wachs für dunkle Lacke. Nicht das Beste, nicht das Überragendste, aber sie sagen, es ist von den Inhaltsstoffen her so, dass es auf Schwarz gut funktioniert, wobei ich ehrlich gesagt auch finde, dass die anderen gar nicht so schlecht sind vom Finish her. Aber, ihr seht schon, auch hier wieder nicht eingefärbt, leicht Kokus-Vanille-artiger Geruch, auch das Peets 53 ist definitiv eine schöne Alternative, die ja doch in unseren Breitengraden ab und zu verfügbar ist, teilweise auch zu einem guten Aktionspreis, das man sich durchaus mal anschauen könnte. Ein weiterer Geheimtipp sind die Wachse von Vonix. Die haben mehrere verschiedene im Angebot. Ich würde alle eigentlich für keine schlechte Wahl für Unischwarz halten, aber insbesondere das Native, das, sagen wir mal, naturbelassene Wachs, würde ich persönlich eine gute Wahl finden, aber auch Vonix hat noch, wie ihr seht, ein Wachs mit schwarzen Farbpartikeln im Angebot und auch das wäre aus meiner Sicht eine sehr, sehr, sehr verdammt gute Wahl für Unischwarze Lacke. Und dann reden wir zum Schluss jetzt noch über die Europäer. Völlig unscheinbares Wachs, deswegen kann ich euch auch gar nicht so viel darüber erzählen, aber in Bezug aufs Finish und die einfache Verarbeitung komplett unterschätzt. Das Sonax Premium Class Canuba Care sehr, sehr ähnlich wie das R222, was ich euch vorher vorgestellt habe, aus meiner Sicht für Unischwarz und wenn es um eine einfache Verfügbarkeit geht, eine sehr gute Wahl. Auch das Cochemy Hand Wax W001, ich halte es nach wie vor für ein zu teures Wachs für das, was es ist, aber wenn es um Verarbeitung geht, wenn es ums Finish geht und wenn es um eine schöne Hydrophobie geht, kann man diesem Wachs nicht viel vorwerfen und es bringt einen schönen, angenehmen, honigartigen Geruch mit sich. Also auch das, wenn wir den Preis mal außen vor lassen, wäre ein schönes Wachs für Unischwarze Lacke. Das Globo Konkurwachs, Globo hat mittlerweile sehr viele oder drei oder vier verschiedene Wachs im Angebot. Wenn ihr hier eine Empfehlung wollt, weil euch die Marke zusagt, ja, Schuhcreme-artiger Geruch, dann am ehesten aus meiner Sicht für Unischwarz das Konkurwachs. Dann komplett unterschätzt unter den Premium, unter den teuren Wachsen, weil aus meiner Sicht kann das Scholl Premium Vintage Wax in jeder Hinsicht mit dem mithalten, was ihr beispielsweise bei Swiss Wax oder bei Ziehmüll findet. Ein unfassbar angenehmer, schokoladenartiger Geruch, eine kinderleichte Verarbeitung und versprochen einen visueller Effekt, den ihr sehen werdet. Nicht das günstigste Wax, aber wenn ich überlege, was ihr hier bei Swiss Wax teilweise zahlt, definitiv einen Versuch wert. Scholl Premium Vintage Wax, wenn ihr unbedingt in die Swiss Wax Welt eintauchen möchtet, muss man zuerst sagen, Swiss Wax hat kein Wax, was explizit für schwarze Lacke ausgelegt ist. Der Klassiker ist und wäre das Konkur oder Koncorso mit einem ja, Duft können Swiss Wax, das, oder die Leute hinter Swiss Wax, das ist absolut betörend nach tropischen, exotischen Früchten. Das Finish überzeugt, die Verarbeitung überzeugt, das initiale Abperlverhalten überzeugt auch, aber ähnlich schon, wie ich euch bei Zimul gesagt habe, ich kann, will und werde nicht rechtfertigen, warum diese Waxe so viel kosten, wie sie kosten. Insbesondere, und das ist jetzt eben der wichtige Part, das Koncorso ist ein tolles Wax, aber aus meiner Sicht macht das Mirage, wo habe ich es hier, macht das Mirage exakt das gleiche, es riecht auch fast exakt gleich, es lässt sich exakt gleich einfach verarbeiten, die Hydrophobie ist die gleiche, die Standzeit ist definitiv die gleiche, das Finish ist das gleiche und das Wax kostet schon mal, ich glaube nur die Hälfte vom Koncorso und wenn es euch einfach nur ums Erlebnis Swiss Wax geht, dann bin ich sogar davon überzeugt, dann kriegt ihr 70, 80, 90% der Performance von diesen beiden teuren Waxen, wenn ihr euch einfach das Onyx holt, das Einsteigerwachs von Swiss Wax, auch das, kinderleichte Verarbeitung, toller Geruch, schöne Hydrophobie am Anfang und ein schönes Finish, also wenn ihr in die Swiss Wax eintauchen wollt, wenn ihr mal für euch selber herausfinden möchtet, was dieser ganze Trubel und dieser Hype und diese und dieses Mysterium Swiss Wax eigentlich ist, dann holt euch das Onyx, weil das bietet euch das ganze Swiss Wax Erlebnis genauso wie die teuren Waxe. Wenn es ums Finish geht, persönlich muss ich sagen, würde ich euch das Mirage auf einem Unischwarzen Lack empfehlen. Aus meiner Sicht bestes Preis-Leistungs- Verhältnis bei Swiss Wax. Aber auch das Petzolz Classic Wax, muss ich sagen, auch wenn es ein unemotionales Wax ist, vom Geruch her, von der Aufmachung in dieser billigen Alu-Dose daher, ihr kriegt aber wenigstens eine ordentliche Füllmenge, der Preis ist völlig in Ordnung, die Verarbeitung ist wirklich kinderleicht und das Finish ist ebenfalls sehr, sehr schön. Also das hier ist ein unemotionales, aber von seinen Leistungswerten her definitiv empfehlenswertes Wax. Petzolz Classic Wax und dann ebenfalls noch aus Deutschland ein Geheimtipp, das Detail Masters Wax. Das hier bringt im Vergleich zum Petzolz einen betörenden, vanilligen Kokosgeruch mit, wirklich schön, auch die Verarbeitung toll, nicht die schönste Hydrophobie, die es auf dieser Welt gibt, das auf keinen Fall, aber vom Finish her auf Unischwarz muss ich sagen, ja, das wäre definitiv eine Überlegung wert. Und von all diesen Wachsen neben dem Scholl, von dem Scholl bin ich wirklich überzeugt, gerade was das Finish angeht, von all diesen Wachsen bin ich persönlich davon der Überzeugung, für Unischwarz eine der besten Alternativen. Im Vergleich mit allen, die ich euch gerade genannt habe, Neo Wax Nummer 1. Egal ob in der Standardvariante mit gelber Farbe und einem sehr angenehmen, leicht süßlichen, leicht herben, parfümartigen Geruch oder in dieser betörenden Red Edition, die es bei Waschkuchen nach wie vor gibt, mit einem Lebkuchen-Zimt-Keksartigen Geruch, ich liebe den in Rot. Egal in welcher Variante, für Unischwarze Lacke vom Finish her ein überragendes Wachs, weil es auch noch relativ lange hält, weil es auch noch eine wunderschöne Hydrophobie mit sich bringt, weil es idiotensicher in der Anwendung ist. Wie gesagt, aus meiner Sicht eines der besten Wachse, was ihr euch für Unischwarz überhaupt holen könnt. Und das waren fast alle meine Empfehlungen. Denn ich weiß jetzt schon, dass das wieder für einige, wenn nicht sogar für die meisten von euch, viel zu viel Auswahl war und ihr euch jetzt sagt, Andreas, jetzt hör mal auf, um den heißen Brei herumzureden. Das ist mir viel zu viel Auswahl, ich kann mich nicht entscheiden. Nenn mir doch einfach ein paar wenige, wenn nicht sogar ein einziges Wachs. Ein einziges Wachs werde ich euch nicht nennen können, weil, ich habe euch ja schon am Anfang des Videos gesagt, das Ganze ist ein sehr subjektives Thema. Das ist kein auf klaren, objektiv, messbaren, wissenschaftlichen Kriterien basierendes Video. Das sind persönliche Empfehlungen. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe es euch auf die sieben Wachse runtergebrochen, hinter denen ich hundertprozentig stehen kann, insbesondere in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, weil alle die hier nicht übertrieben viel kosten. Und diese Empfehlungen sind einerseits das Dodo Juice Black Widow, das Scholl Vintage Premium Wax, das Infinity Wax Primo, das Neo Wax Number One oder Nummer Eins, das ODK Concours, das HP Source Mountain Madness und das Angel Wax Dark Angel. Das sind insgesamt über alle, die ich euch in diesem Video vorgestellt habe, diejenigen sieben Wachse, die ich euch am ehesten und am wärmsten in Bezug auf die Anwendung auf Uni-Schwarzen Lacken ans Herz legen möchte. Und damit sind wir am Ende dieses Videos die Empfehlungen für Metallic Schwarze Lacke schauen wir uns in einem separaten Video an, damit dieses nicht zu lange wird. Wenn dieses Video für euch spannend, hilfreich und aufschlussreich war, würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal mit einem kostenlosen Abo unterstützt und wenn ihr zum nächsten Video wieder einschaltet. Servus!